Hallo, wir zwei bauen heute ein Insektenhotel auf und wollen wir mal schauen, wer schneller ist. Challenge accepted. Drei, zwei, eins, go. Nein! Was? Oh, schön ist es nicht. Manchmal geht es nicht. Nein! Ich will wenigstens eine Runde gewinnen. Wie gefällt es euch? Stimmt doch mal ab, welches Insektenhotel ist das schönere?